Ich bin die Reiser oder auch The Voice, die Frau für die Stimme. Ja, bei mir geht es eben um die Stimme, das heißt Präsenz macht sexy und Stimme macht präsent. Ich komme von der Bühne, das heißt ich weiß wie man mit Stimme umgehen muss, ich weiß wie man sich präsentieren sollte und ich bin aber auch Unternehmerin, das heißt ich kenne die ganzen Probleme bei der Akquise, bei dem mit dem Kunden sprechen oder vorne stehen und was erzählen und das bringe ich zusammen und gebe mein ganzes Wissen gerne weiter. Die Stimme, die sorgt für die richtige Atmosphäre und ich möchte gerne, dass man Ihnen gut zuhört, denn Sie haben was zu sagen.